ich weiß nicht ob ich treffe ja ja hast du bist weg! Wir sind tot! Anderes auch irgendwie weg! Oh hei! Putz der Hude! Putz der Hude! Putz der Hude! Was ist das hier? Ja! Ich kann nicht schörn hier! Das war knapp. Ich habe keine Munde mehr. Let's go! Wir haben's bis jetzt geschafft! das nächstes Kommen Rennen und wir müssen Drohnen töten also im Kreis fahren die ganze Zeit ja entgegen ist das Richtige haben wir es ich drehe mich sofort um ok gut wieder in den Schatten Ruhm du 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 ich bin so sechs Prozent Warte suchen und vernichten ver-nicht-ein Alter kann der mal aufhören hier Gartenarbeit scherz wir einfach das andere so daneben scherz ok den scherz 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 wir brauchen wir müssen so dass wir es unter 245 schaffen gingen wir das hin ok let's go scherz 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 dank danke her wir haben das gleich wir ja mal 사실 ja ich Elle so vieler geht alter es ist so klank wie bei mir die ganze steuerung hier ist rutschling klank hier verstehst du? he he hihihi nehmen wir weiter fahren nicht umso hin ich glaube dass das standfind so so und eine wo ist die letzte kommt zu mir sie kommt bei mir vorbei sie ist getruns ich folge sie ja ich glaube wir haben es wir haben ein Zielpunkt bekommen und ich sehe können wir so zahlrein gucken wir gebraucht haben hihihi das war ich sogar recht knapp wir haben jetzt schon 6 von 15 holy shit hä dann müssten wir es jetzt doch haben oder den 9 oder wird die zahl immer resettet keine ahnung kotenpunkte einnehmen ja immer diese kotenpunkte hihihi 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 wenns nur umwandelt wenns nur umwandelt dann ist es nicht op sondern nur lustig aber dann machen wir doch keinen schaden eben eben oder es wird ja hühnerarmee gauksander da rein ich ne ich hab mich anders entschieden hihihi hihihi warte soll ich im kreis sowohl das geht das wurscht wurschen du kannst hier nicht praktisch vorgehen um 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 5 50 ist nächster 1 70 5 5 50 oh ne Samo dein Job Aua sowieso dein Job weil ich da und bin Achtung ist wird kaputt oh ok oder the one shot ist den aah komm schon aah aah bin tot komm bis sie gefahren ist oh fuck man kann die ganzen Mauern zerstören und alles warte hell yeah sterbt mauern äh bitte support yes so da hinten noch einer da hinten ist lehm für uns beide für uns für das kollektiv für das kollektiv äh rechts grüß gott ich habe nicht einfach ja scharf oh scharf gekillt und wechselt ja das sind alles Insider alter scharf war von Ratchet & Clank 1 glaube ich die kleine nein im ersten war die ente die ente war im dritten das Hülchen war im ersten und im zweiten war scharf so war das wie geil das ist das ist ein Insider von den letzten Teilen das heißt dass das der letzte Teil war es gab die gibt es ja noch andere auf der PS2 oder meinst du Teile wo es den gab den Entending und sowas wir haben viele Insider ausgebaut und ich finde das sehr schade hat es ausgebaut in Sinne von dem Wechsel Aua Raman Alter ich hab den ich hab kam ooooh ja es friert du machst du das wir schlagen und du längst ab nichts hält mich ja am Boden oh ich hab keine Money mehr ach so das sind alles kleine Türme die gleich rauskommen die da sind oder so was wir drehen ja 3 2 1 nein 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 wir werden auch einfach in den Schildmodus gehen nein ups ok die machen das schon Leben 1 Leben 2 oben ist ein Schnupper hat jemand beim Schnupperkurs war jemand am Schnupperkurs haben wir ja wir haben gibt es hier oben etwas besonderes nooo hallo wir haben mehr Wopels grad hart und mir nicht wiii weiter gehts ja wir können wieder fahren so wie ist die Map riesig oh ja die ist groß ich glaube der selbst in der Osterrei deswegen ist was ich glaube der selbst in der Osterrei ja der nächste ist oben da hinten ist ein Boy ein Big Boy zwei Big Boys ja man immer gut Aua der trifft immer ja ich muss den Ränder auch oh yes wiii bumm oh hi aah das war unfair wir müssen nicht dorthin dauert es vielleicht für eine andere Mission eure geeignet oder Düsseldorf . ja klar wie es dass von dir ist jetzt ein bisschen rauslinsen Uorgue klick 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 Rechenklank 2 war irgendwie nur so ein Upgrade von eh ok von Rechingklank 1 oder� alles es gab einfach mehr waffen aber immer noch irgendwie ähnlichen wie im ersten teil im zweiten konnte man sogar die alle waffen von fast alle waffen vom ersten teil bekommen und wenn du den ersten gespielt hast alle gratis das ist geil hier funktioniert das es ist das ist die einfachst die letzte und einfachste mission glaube ich von dem planeten wir rennen einfach um den scheiß herum und aktivieren die bomben und das war's da den ignorieren wir hart der da unten ok können wir nicht ich kann alles mich kriegt er nicht durch rutschen ok let's go wie so klickt das im pokémon background ist ok wir kämpfen verstanden verstanden wir kämpfen warte ja sexy du schaffst das oh 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 warum 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 schieß doch du naaar Der wirft ein Bot zu dir. Auf was wollen wir beim Sniper gehen? Fahrrad? Au! Oh man, das war wie von Mutti versohlt zu werden. Au! Es kommt schon! Hey, ich bin Sniper da hinten oben. Wo ich mich nicht treffen kann. Bist du? Easy. Skill. Ich hab's ja nicht mal gesehen. Alter, die Sniper geht aber leicht zu leveln. Die meisten Waffen, außer die ersten gefühlt. Die ersten zwei Waffen sind irgendwie am schwierigsten zu leveln. Okay. Eine Bombe. Zweite Bombe. Eine noch irgendwo. Jetzt die hier. Da! Abs! Überleben! Hier wackelt alles zu hart. Ein HP! Zehn Sekunden, komm schon! Komm schon! Das waren Suchraketen. Das ist unfair. Ja, ein bisschen spät. Äh, Fede. Genau, Fede. Fede, es ist zu spät. Da ist das für die Möglichkeit! F. 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 Dich hab's aus dem Ende gesprungen ist! Boooooo! Das ist aus dem Ende gesprungen ist! Boooooo! Das ist aus dem Ende gesprungen ist! Das gibt es nur bei Redzone! Das kann ihnen niemand anwählen! Das ist aus wie ne Mülltonne! Prrrrrrr! Hell yeah! Mach mal ne frige Mülltonne! goldene medaille ist herausforderer turnier noch lange nicht benutze den gefechtstor um die andere aber die passiert so ein bisschen mehr du hast die musik das so gut passiert so ein bisschen mehr alles gut es war die 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 gewünscht jetzt beschießen sie nicht nicht mit ihrer ihrer milch Die Milz. Wieso ist mir jetzt so viel mehr los? Kannst mir gerne helfen. Was ist, wenn einer von uns verkackt ist? Ich weiß nicht, ob die Mission da nicht ganz aussieht. Wie kann ich nicht mehr? Das ist schon Runde, 4 von 4. Ja. Du schon. Oh, bei mir zu ne... Oh, hi. Well, hello there. Oi. Weißen Bildschirm geschafft. Mucho hello. Das ist ein Bonus. 7. Herausforderer-Turnier. Der gemeine und brutale Ausschlachter ist ein einmaliger Dreadstone-Experte, genau. Exterminator. Daher erwarten uns im Herausforderer-Turnier jede Menge qualvolle Tode. Das klingt schon mal nett. Fuck. Okay, das ist stumm. Da kommt gar kein Ton. Oh. Letzte Woche erlebten wir die spektakulären Tode von Kandidaten wie Agent Pizarro, Plasma-Woman und Komet Orange. Nun steht mit dem Lombarks Ratchet ein wirklich krasser Außenseiter an der Spitze der Dreadstone-Tabelle. Ich kann kaum fassen, dass das kleine Pelz, die er so weit gebracht hat, Juanita, ist ein harter Brocken, was? Habe ich recht? Ja, das stimmt, Dallas. Und er ist eine Gefahr für Kinder, bedrohte Tierarten und das Gemeinwohl. Ja, Kinder und Wale und so können ruhiger schlafen, wenn Ratchet vom Ausschlachter erledigt wird. Im dieswöchigen ultimativen Exterminator Smackdown. Noch nie blieb ein Gegner gegen seine extra scharfen Titanklingen länger als 60 Sekunden am Leben. Hm, der hat bestimmt keine Probleme beim Rasieren, Juanita. Hahahaha, witzig, Masa. Klappe, Dallas, das ist nicht lustig. Einmal F, Dallas. So, das ist fucking ich in der Gruppe. Ich würde gerne ein F aussprechen. Los, spreche ich's aus. F. Oh. Oh, das ist aber ganz schön viel. Hat er gerade seinen Schwanz beschrieben? Zu zämlich, das ist Schwanzgröße nur in Roboter. Wer war das? Okay. Also bei Prozessor, die Prozessorgröße. Hey, hast du die Pläne bekommen? Ja. Oh Mann, das ist ja toll! Aber ich habe erfahren, dass hier noch viele andere Helden festgehalten werden. Wir müssen ihnen helfen, Ratchet. Gut. Aber wie denn? Mir ist aufgefallen, dass die Sicherheitsmonitore deaktiviert werden, immer wenn ein großer Kampf stattfindet. Wenn ich in der Arena mit einem Exterminator kämpfe, verschaffe ich dir das Zeit. Es geht. Es ist riskant. Aber wir haben keine andere Wahl. Keine Angst. Ich mach sie fertig. Das war kein sicherer Blick. Könnten sie das jetzt eigentlich nicht mitgehört? Nein, nein, nein. Okay. Sechzig ist der nächste. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017